Herzlich willkommen. Autogramm gefahren. Der hat nur hier mal kurz warm joggen dürfen, keine halbe Stunde auf dem Platz. Und für ihn jetzt also der chinesische Neuzugger auf dem Feld, Yu Ning Shang. Yu Ning Shang, der sich ja mit Ajax Amsterdam vermutlich ganz gut auskennt, denn der hat zuletzt in den Niederlanden gespielt und zwar für Vitesse Arnheim. Scheint jetzt ein größeres Problem zu sein. Es wird auf jeden Fall eine Trage gefordert und da stehen jetzt eine ganze Reihe von besorgten Spielern um den verletzten Niederländer. Die kriegen wir ja wieder, die sind ja von uns. Super. Achtung! Von Ajax. Der eigentlich eine gute Partie gemacht hatte bis dahin. Und jetzt ist sogar der Krankenwagen auf dem Feld. Wir können nur auf das Beste hoffen. Wir werden mittlerweile Tücher vorgehalten, damit man nichts sieht. Das ist auch kein gutes Zeichen. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob es eine sinnvolle Idee wäre, dieses Match wieder anzupfeifen. Wie soll man da sagen? Man muss das Schlimmste befürchten. Möglicherweise kämpft Nuri hier sogar gerade um sein Leben. Die anderen Menschen sind kalt. Das ist jetzt nicht so, dass man die Treibung noch nicht naht. Das ist nur die ganze Zeit, aber das ist nicht so. Dann dürfen wir das Menschen kommen und sichern noch mal machen. Dann dürfen wir uns immer nachdem. Das ist ein Gerät von da. Das ist für den Weg. Wir haben es wieder wunderschönern. Wir lassen uns mal hin. In der Türke zu halten. Vielen Dank.